hallo ihr lieben und herzlich willkommen bei dem club simulator in dem alle in 7 days to die 7 days to die und wir sollten auch gehen weil da hinten ihr seht's ähm zombies wir haben mal wieder ein spiel ausgekramt wo wir uns dachten probieren wir mal wir haben es noch nie so wirklich spielt hier unten an dem auto war da ist der radioaktive friedhof den wollen wir nicht bequetscht hier ein schwein ist hier irgendeine pottsau untouched auto oder am auto war ich noch nicht kann ich dir irgendwas geben ich überlege gerade hier geht ja voll geil warte mal ich gebe es geben kann hier habe ich nicht mehr stein axt da hier irgendwo liegt hier was wie hast du jetzt in den rucksack reingeguckt Tabulator hab ich schon gesagt Tabulator und dann kannst du halt äh so lass uns dann lass uns mal da hinten lang vor allem wir haben keine schuhe an ne aber wir haben steinfüße nicht da schon wieder zu da sind die zombies jetzt haben wir gleich wieder am arsch kann man aber wir haben nämlich keine peilung von dem spiel und da hinten krabbelt doch schon ein zombie am boden und oh da ist ein hund oh der hund ist ganz in da wo bist du denn schon wieder alter jetzt macht er hier auch noch lärm da vorne ist nämlich da hinten äh hund ahdo was denn ich muss das Wut aufsammeln da hinten ist der hund und du siehst die leute am boden lang krabbeln ne ja und das wird gefährlich ja schön und dann gehen wir woanders lang wir haben rechts rum an der straße ne links wo 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 wir müssen dann nicht schon wieder in den wind in den schnee wir wollen dann ins normale ne aber wäre schon schön dann nehmen wir zum beispiel nur hier die steine mit dass wir was haben an den zombies vorbei na die sind ja eh pretty lahm ja aber nicht mehr bei nacht das ist das ding ja es ist helllichter tag 3.46 das ist ja ok da ist schnell ah meine titten hast du schon mal gesehen da hier ja genau warne hitter warne hat er meine titten dazwischen hat dazwischen und klatsch da ist grün oh 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 we're carrying something that smells what what hab ich nix oh hier ist ne ruine oder so ich muss halt irgendwas aufnehmen was für ne blume ja was potten das ist doch total nackig herein da hinkrabbelt auch was am boden da da vor dir da wir sehen ehrlich gesagt nicht ne da ach da ha durchsuchst du ja wie bei ähm müsste man zu ne stadt kommen oder zu ne straße wo viele autos stehen das noch mal ein paar sachen ah hier wenn man links äh der circulator und wenn du was hier ist war hier schon das da ist ein zombie da hinten ich wollte sagen ich höre da noch was da da vor uns siehst du wollen wir die alte die geräusche alle oh du scheiße deine dings ist ja ja hat nix dabei ach die ganzen pixel dinge hier sind pflanzen die ich aufsammeln kann sehr schön nix dabei schlampe ähm genau zeigen wie man craften kann und so tabulator bitte und oben links siehst du dann ja so wie weiß wie man craftet basics campfire und sowas uh mit zweimal kutten craft ha so was macht ihr das frag mich nicht kann ich ein campfeuer ich kann ein campfeuer machen glaube ich ich mach mal ein feuer ne was ist das für ein sound äh i don't know ähm hier können wir kochen das ist doch das fleisch vom schwein oder ja aber es geht nicht rein es geht nicht hä hä brauche ich noch eine pfanne das weiß ich natürlich nicht doch es könnte gut sein natürlich sehr toll ähm genau torch müssen wir mal gucken dass ich mir was herstellen kann cotton seed zusammen was man alles herstellen kann erst mal gucken wir mal was soll denn bellows ich habe jetzt mal acht close fragmente hergestellt aber irgendwie dachte vielleicht kann man daraus mal was machen hm ähm basics stone axe ne wir sollten mal weiter gehen warum warum hau er hat in der wildnis dann habe ich das vorher jetzt umsonst gemacht ja ja was willst du dich hier aufbauen das war nur mal so dann lass uns mal weiter gehen suchen wenigstens mal so ein kleines Dörfchen finden ich höre schon wieder irgendwas das wäre ein schwein hier vorne alter du aua hey ja stell dich doch nicht in mich mach du mal jetzt das ist ein zombie toll zwei zombies drei vier zombies zombies ja super gemacht wir sind ja zombie welt in zombies gelaufen ja super gemacht willst du eigentlich da hinten steht auch einer sammeln mal die blümchen mit auf ja mach ich doch sag hä sammeln auf ja manchmal macht das irgendwie nicht so es wird mal wieder eine entdeckungstour allerdings sollten wir jetzt vielleicht bald mal irgendwas finden ja na ich renne doch schon es wird nämlich spät ich stehe mich mit irgendwas an da steht zombie welt stehst du ich bin ah da alles klar gut ich komm huch ah da steht auch einer ah ich muss eben gucken sind wir irgendwie ne sehen wir nix gehen wir mal auf den berg auf ne erhöhung hier da drüben ist irgendwas doch etwas wo wir die nacht zusammen verbringen ach sieht gut aus allerdings steht dann ein zombie auf dem dach und hier sind überhaupt viele zombies hinter uns sind allerdings auch schon welche ich blute scheiße ich kann mich bewegen jetzt lass komm lass das hat das hat keinen Sinn ja ähm hier lang ich kann nicht laufen du auch nicht ich kann nicht laufen use anabolica äh wo ist Wasser und da ist irgendein Gebäude jetzt kann ich wieder ran allerdings bietet das nicht gerade viel Schutz hier ist natürlich auch nix drin warum auch vogelfedern hä hä was hä was war das denn äh läufst auf mich zu und bist gestorben auch nö du hast aber viele Sachen dabei das sind jetzt alles meine du bist carring something that smelt and attract zombies voll danke Dave danke send invite send to ADO ich hab auf M dir eine Einladung geschickt ich weiß nicht ob du jetzt zu mir kommst oder irgendwie sowas möglicherweise sogar ADO accept your friend request okay back friend hab ich jetzt mal angemacht was das angemacht track friend ich hab mich da oben anmarkiert und dann track aber auch verfolgen nur wahrscheinlich wir werden eh sterben da es jetzt abends ist wir werden alle sterben wir werden alle sterben äh dann werde ich sonst mal einen server einstellen der ein bisschen softer ist oh ich bin ins wasser gegangen und falle durch das level oh ich was falle durchs level äh ich sehe den mond das ist doch schön ich hab ne waffe gefunden ja äh kann ich mich selber töten äh weil ich verrasiere wo ist auch wie denke ich muss den server verlassen wohl irgendwann konnte man sich töten aber ich weiß halt echt nicht wie ist ja ein nicht so einfacher einstieg aber das ist ja jedem überleben so ich klopfe gerade eine horde hier nieder wo klopfe eine horde nieder womit eine axt eisen axt warum findest du eigentlich immer waffen da wo man startet muss man einfach nur nochmal looten in dem bereich also meistens eine horde oder so ja vorhin hab ich auch nicht jetzt hab ich ne waffe ja meine waffe bringt mir selbst nix aber das ist jetzt ne peak axt hier ne axt ne eisen axt aber es ist trotzdem abend oder jep ok ich bin genau da gespawnt wo ich ausgelockt bin und siehe an da ist gar kein wasser ist ja witzig level up your level 3 now herzlichen glückwunsch nach sie ein t mehr man könnte natürlich auch einen server einstellen wo die wo der tag noch mehr stunden hat na gut da sind wir ja mitten am tag irgendwann gespawnt oh ich hab einen magnum zylinder und magnum parts gefunden oh alter ropsen da hab ich auch ne axt ja toll ich hab auch schon oder oh ich hab painkillers sind überall welche ähm ich hab gerade ne axt aufgerungen wo ist die denn bitte oh jebel aha man muss das was mit ne ein bisschen lernen ne einfache bandage kann ich mir jetzt herstellen juss dann lauf ich jetzt auch mal die straße lang und ähm vielleicht finde ich vor der nacht hätte auch noch ein gebäude schorzen können man müsste vielleicht noch vorher nachgucken also ich muss sagen der einstieg ist nur was glaube ich dass ich ne laterne umboxen kann manchmal hier da hier ist ein brennend ein bär der sich mit dem zombie kloppt ist ja süß level lab oh i'm so awesome der bär klettert auf den baum ah und gibt mir eine boxt irins gesicht wo bist denn jetzt 1.191 s ich lauf einfach mal nur um zu sehen was hier ist oh hier ist ein hase komm mal her ich bin 831 n ich stelle mich an den kaktis meine muschie hat gestöhnt das ist doch toll alter mein magen geht es nicht so gut ich habe einfach das vieh so roh gegessen was denn das ich habe einfach den hasen zerwichst und dann rechts also er mir da auf rechts klick use oh da ist ein haus oh nice 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 ich habe einen roter gefunden ich habe einen roter gefunden auto fahren vielleicht wenn ja lache ich jetzt ist mir mal wieder kackern ich kann nicht laufen aber vorne ist ein haus ich muss da unbedingt ding zum haus gehst du mit dem auto oder was nein ich weiß nicht ob das geht kein auto ja ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher aber ich meine schon weil sonst wozu brauchst du einen motor oh man konnte die ganzen sachen auch verarbeiten hier zu metall damit was anderes geöffnet 21 uhr und ich laufe alter ich habe hier eine stadt nur sind die auch zombies aber das ist eine schöne western saloon stadt was auch immer hier ist viel wo ich bin das ist toll hm niemand weiß wo sie ist ich könnte da oben auf dem turm wenn was ist ich will dich ja finden ich bin genau da wo ich gerade erst war naja in der nacht dürfte ich jetzt sowieso relativ schnell verrecken nehme ich an bin wieder bei dem autofriedhof und hier ist strahlung shit jetzt bin ich im schnee ich bin und deine koordinat noch mal 936 s alles klar ich bin schon mal meilenweit von dem weg hier sind alle türen abgeschlossen verdammt nochmal und schlag sie auf ich kann jetzt einfach mal schnell hier durch oh scheiße wenn die jetzt rennen ist es ganz mies scheiße und und ich schreie sogar und bleib danach noch stehen ach manno was ist das für einstieg so haben wir jetzt so das bauen uns habe ich mir schon bei vielen angeguckt das ist ja richtig richtig spaßig ich mach mal einen anderen server auf ok new game modded options tageslichtlänge 18 stunden wir wollen wir wollen die zombies sollen niemals rennen habe ich eingestellt erstmal so jawohl du kannst es doch nicht mehr ändern oder ja im nachhinein also wenn ich wenn wir 9 machen nochmal aber erstmal erstmal nur mal gucken ja jetzt würden wir 9 machen wenn wir uns erstmal aufgebaut haben es ist doch nur eine Entdeckungstour dass wir erstmal überleben erstmal müssen wir sehen wie es geht und wir sagen jo jetzt haben wir den Dreh raus also ich weiß nicht zum Beispiel kann ich auf den Baum kloppen wie in A nee geht nicht nein siehst du deswegen erstmal gucken wie wir vorankommen wie es am besten geht und wenn wir das aber aus haben dann starten wir nochmal deswegen machen wir jetzt auch den äh tageszyklus ein bisschen höher auf 2 Stunden also 2 Stunden Tag wobei ne also ich leh das lass ich mal äh 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 spawn time 5 Tage drop on crit nothing enemy spawning very low ne man kann ja auch ausschalten aber dann wäre es ja daisy airdrops airdrops everyday game password counts so game already exists dann nenne ich ihn king's place grotte also king's place so neuer surfer neues Glück wir üben uns jetzt ein bisschen ein wenn ich dann endlich mal einen treffen würde ihr seht schon ich werde von den Zombies wieder gejagt die kacke oh ne Krankenschwester nimm sie sieht gut aus die war zu heiß you are now level 3 ich guckse die Zombies weg wuch meine Essenceanzeige stand sogar ein Herz mit dem Pfeil durch what the fuck ooooh alter ich starte 1400s 1400w everybody everybody fuck am I jetzt habe ich mir Samen hergestellt plant fibers steinaxt was brauche ich dazu noch holz und ich habe halt keinen Platz im Inventar feder die kann ja weg knochen kann weg äh okay damit kann ich nicht angreifen ey sind wir los lerne kann da brauche ich nicht sind doch Stickies basics small stone fehlt mir so jetzt jetzt mache ich mir mal eine Axt und dann geht los siehst du look at das Kraft hier anscheinend stone axe Kraft 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 so jetzt wird eine Axt wollen wir sehen kollektive gut jetzt ist es weg gucken wir ob ich was umhauen kann hier wie viele Schläge er braucht und wo bist du mittlerweile auf dem Weg ich habe 53N 1269 ach da bist du da sehe ich noch verkraft du bist ja gar nicht mehr weit weg wenn du sehen würdest wie langsam ich mich fortbewege ich habe gefühlt jetzt alter die die Viertelachse ist kaputt und ist der Baum erst drunter gefallen für sieben Holz fick dich collect sticks Stiggies Komme ich nicht auf wenn ich drüber gehe ich teste es nochmal nee hm gimpig an sich ist ein Haus im Grünen zu bauen eigentlich auch nicht blöd nö ist doch angenehm weil ich meine sogar dass da weniger so ein bisschen als in den Städten logischerweise äh I don't know aber ich weiß dass du jetzt auf mich zukommst ich bleibe hier stehen und möchte dir winken mit meinen Titeln ich habe mich nochmal ein bisschen verschönert es ist nicht mehr weit ich höre Schritte ich sehe dich aber noch nicht wobei du versteckst dich jetzt ach da bist du hm oh chérie wie siehst du denn aus du bist ja schwanger was ist was ist passiert hast du Zombikind was Zombikind wo in deinem Bauch ne guck selbst nochmal runter ey oh du hast aber geil gestürt alter guckst mir noch einmal in die Fresse Alter die Achse ist jetzt schon halb kaputt ich habe nur den einem Baum von um gehauen gehen wir aus dem Bild Alter das Ding hängt aber auch in deiner Ritze wa wie kann man kann man die Kamera umschalten hallo 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 was machst du hier nicht indem du doppeldrehtest nicht indem du doppeldrehtest hört sich geil an ficken super übel spät ne ja finde ich gut läuft nochmal über die du hängst ja schon wieder in der Wildnis rum ja gib mir irgendwas ich habe gar nichts ich bin hackenvoll da Old Jam Sandwich hier war zum Essen äh ne warte mal das gebe ich hier nicht das schmeiße ich mal hier das ist verdorbenes Essen das muss auf gar keinen Fall rotting rotting flash alter nee hast du einen Fluss oder sowas gesehen hier ist eine Feuerachse für dich warte ich gehe mal ein bisschen vorwärts hier ist sie gut sichtbar hier vorne wo ich stehe da steht da die dürfte dir wahrscheinlich äh kann ich dir noch was ich höre doch schon wieder was komm wir gehen jetzt auch zu zu Scribmetal machen ne soll ich dir noch eine Schaufel oder soll ich dir irgendwas herstellen ich habe gerade eine Schaufel hergestellt müsste ja theoretisch nur mal Test wir können uns also in den Berg bauen wir bauen uns in den Berg was hältst du davon erstmal für die der erste Nacht Sammelkloss Fragmente weil dann kann ich ein Sleeping Bag machen so wo der ist die Schaufel geht so schnell das Werkzeug geht nicht schnell kaputt das Werkzeug geht überhaupt alter das ist so dämlich von ein dicker Zombie übrigens wo die Autos wollen wir noch ein paar Autos maßnehmen oder kommt ein dicker Zombie wo denn sag dir doch von die Autos klar kann man um Abstand halten immer schön aggro wechseln voll fit hier noch ein Zombie übrigens Alter ey der kriegt überhaupt kein Damage nur von dir ich krieg dir nichts aus an dem ich drück dem kein Damage Blude oh Gott ich verrecke ganz schnell mach's gut nein ne 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 du stirbst nicht au rei ruf komm dir nix um ich stirb nur scheiße nein 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 oh die Axt nacktes Vibe gegen den fetten Zombie ich steh' nur wüsse wie viel hält dieses Stück scheiße dann aus ich schon wieder wird mal ein Einsteiger Guide gucken müssen sollen wa geil das ist nervig so ein harter Einstieg harter Einstieg so weit bist du gar nicht weg von mir klappt ich komme einfach gleich mal in deine Richtung nur die Autos leer machen und dann Boah Schnee Schnee Oh da war ne Axt oder irgendwas bei ne Eisen Axt Minibike Wheels lol Ich hab irgendwie so ein Camp gefunden oder so mhm das sieht schick aus wie so ein kleines Vor mit Zaun drumrum das könnte praktisch sein ja das könnte es bleib mal da ich komme mal hin Gucken wie viele Zombies sind auf dem Gelände Hunde 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 Alter dein Schrein eben ne Machs gut Ne Ey der Hund kam aus dem Nichts Ja einfach kannst du nichts Hunde sind deutlich schneller wie äh Zombies Vielleicht hast du ja den Position gemerkt die war gar nicht so schlecht Ne gemerkt hab ich mir nicht Ungefähr Nein Jetzt bin ich nämlich in der Alter er ist in der Wüste und jetzt in einem Winter Jetzt bist du auch wirklich weit weg Japp Bin ich gewöhnt Ich bin ein Bär Wir schauen noch mal weiter Erst mal der erste Part Wir gucken noch mal um dann natürlich auch ein Fazit zu finden Wir schauen noch mal ein bisschen rum weil wir jetzt kommen wir jetzt im Craft jetzt wissen wir wie es ist ja alles jetzt auch langsam mal ein bisschen einfacher und wir sehen uns in der nächsten Runde Tschüss